Willkommen zu unserer Entdeckungsreise. Kajafas spielte als Drahtzieher hinter der Ermordung Jesu eine große und oft negative Rolle. In den staubigen Straßen des alten Jerusalems tauchte eine mächtige Figur auf, deren Taten durch die Jahrhunderte hindurch nachhallen sollten. Aber natürlich sollten sie sich später als sehr böse erweisen. Sein Name war Josef Kajafas. Machterhalt und Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung waren sein oberstes Ziel, was ihn zu einem der mächtigsten und berüchtigsten Priester der jüdischen Geschichte machte. Aber wer war dieser Mann? Und wie konnte er eine so einflussreiche Position erlangen? Welchen Einfluss hatte er auf das Leben von Jesus? Erforschen Sie mit uns die Geheimnisse dieses Mannes, die Sie vielleicht nicht erwartet haben. Der Aufstieg des Kaifers Judäa befand sich in heftigem Aufruhr, als Kaifers dort lebte, weil es zwischen dem harten Griff Roms und den glühenden religiösen Überzeugungen seiner jüdischen Bürger eingezwängt war. Stellen Sie sich vor, wie die Spannung in der Luft liegt, wenn Sie über die belebten Marktplätze Jerusalems schlendern und Gerüchte über einen Aufstand gegen die römische Macht hören. Kaifers war mit diesem Umfeld vertraut, in dem Religion und Politik eng miteinander verwoben waren. Da er in einer Priesterfamilie aufgewachsen war, war Kaifers mit den Tempelbräuchen vertraut. Die komplexen Riten und Vorschriften, die das jüdische religiöse Leben regeln, wurden ihm wohl schon in jungen Jahren beigebracht. Um Hohepriester zu sein, musste man jedoch mehr tun, als nur die richtige Kleidung zu tragen und die richtigen Gebete zu kennen. Es ging um Einfluss und Macht und darum, das riskante Spiel der Politik zu beherrschen. Ein Hohepriester wie Kaifers tauchte nicht aus dem Nichts auf. Er musste sich in den gefährlichen Gewässern der römischen und jüdischen Politik zurechtfinden. Die endgültige Entscheidung darüber, wer zum Hohepriester ernannt wurde, lag bei den Römern, die Judäer regierten. Das bedeutete, dass Kaifers seinen Wert nicht nur gegenüber seinen Untertanen, sondern auch gegenüber den ausländischen Königen, die die letzte Autorität besaßen, unter Beweis stellen musste. Stellen Sie sich einen aufgeweckten, aufstrebenden jungen Kaifers vor, der sich allmählich auf der Priesterleiter nach oben arbeitet. Er hätte Koalitionen bilden, seine Gegner überlisten und seinen Wert immer wieder unter Beweis stellen müssen. Obwohl es kein leichter Weg war, war Kaifers fest entschlossen, erfolgreich zu sein. Schließlich, im Jahr 18 Acherd, erreichte Kaifers sein Ziel. Der römische Herrscher ernannte ihn zum Hohepriester, ein AMT, das er außerordentliche 18 Jahre lang innehatte. Diese lange Amtszeit zeigt, dass Kaifers in der Lage war, sowohl bei den mächtigen jüdischen Familien als auch bei den Römern in der Gunst zu stehen. Doch was genau bedeutete es, Hohepriester zu sein? Als Hohepriester leitete Kaifers die wichtigsten religiösen Rituale, wie den Versöhnungstag, an dem er als einziger das Allerheiligste betreten und für die Sünden des Volkes büßen durfte. Die Aufgaben eines Hohepriesters gingen jedoch über die Religion hinaus. Kaifers besaß auch bedeutende politische Macht. Er führte den Vorsitz im Sanhedrin, dem jüdischen Gericht und Rat und war damit ein wichtiger Entscheidungsträger in vielen Bereichen des jüdischen Lebens. In gewisser Weise war Kaifers eine Art Brücke zwischen dem jüdischen Volk und den römischen Machthabern, wobei er ständig versuchte, die Bedürfnisse und Forderungen beider Seiten unter einen Hut zu bringen. Dieser Balanceakt war nicht einfach. Die Menschen in Judäa wurden unter der römischen Herrschaft immer unruhiger. Viele sehnten sich nach einem Messias, der sie von der Fremdherrschaft befreien und das Königreich Israel wiederherstellen würde. Gleichzeitig hielten die Römer stets Ausschau nach Anzeichen von Rebellion und waren bereit, jede Bedrohung ihrer Macht zu zerschlagen. Kaifers musste sich in diesen Gewässern vorsichtig bewegen. Er musste den Frieden bewahren, um die Römer zufriedenzustellen und gleichzeitig seine Autorität und sein Ansehen in seinem Volk bewahren. Es war ein Spiel mit hohem Einsatz, bei dem ein falscher Zug eine Katastrophe bedeuten konnte. Aber Kaifers war ein geschickter Spieler. Er wusste, seine Position zu seinem Vorteil zu nutzen, schloss Bündnisse mit mächtigen Familien und pflegte gute Beziehungen zu den römischen Stadthaltern. Unter seiner Führung wurde die Priesterschaft immer wohlhabender und einflussreicher. Dieser Aufstieg zur Macht hatte jedoch seinen Preis. Viele einfache Menschen nahmen den Reichtum und die vermeintliche Korruption der Priesterschaft übel. In ihren Augen ging es Kaifers und seinen Mitpriestern mehr um den Erhalt ihrer Macht als darum, Gott und dem Volk wirklich zu dienen. In dieser komplexen und brisanten Situation tauchte eine neue Figur auf. Ein charismatischer Prediger aus Galiläa namens Jesus. Seine Lehren und seine wachsende Anhängerschaft stellten Kaifers bald vor die größte Herausforderung seiner Karriere. Viele Menschen glauben, dass dies der unmittelbare Grund ist, warum Kaifers Jesus hasste. Wenn Sie dieser Ansicht zustimmen, teilen Sie uns dies bitte in einem Kommentar unter 1 mit. Als Hohepriester hat Kaifers sicher Berichte über Jesus gehört. Vielleicht tat er ihn zunächst nur als einen weiteren Wanderlehrer ab. Aber als Jesu Popularität wuchs und seine Lehren die Autorität des Tempels infrage zu stellen schienen, wurde Kaifers zunehmend besorgt. Welche Gedanken müssen Kaifers durch den Kopf gegangen sein, als er vom triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem hörte? Wie reagierte er auf die Geschichten, in denen Jesus die Tische der Geldwechsler im Tempel, dem Herrschaftsbereich des Kaifers, umstieß? Wir können uns nur die nächtlichen Diskussionen vorstellen, die Kajafers mit anderen religiösen Führern geführt haben muss, um zu erörtern, wie er mit dieser potenziellen Bedrohung seiner Autorität umgehen sollte. Kaifers ahnte nicht, dass seine Entscheidungen in den kommenden Tagen seinen Namen für immer mit einem der bedeutendsten Ereignisse der Menschheitsgeschichte verbinden würden. Als die Spannungen in Jerusalem zunahmen, befand sich Kaifers an einem Scheideweg. Die Entscheidungen, die er im Umgang mit Jesus treffen würde, würden nicht nur sein Vermächtnis prägen, sondern auch weitreichende Konsequenzen haben, die durch die Jahrhunderte nachhallen würden. Aber was genau trieb Kaifers dazu, gegen Jesus vorzugehen? Ging es ihm nur darum, seine Macht und Stellung zu schützen? Oder waren tiefere religiöse und politische Beweggründe im Spiel? Kajafers konfrontiert Jesus Während in den Straßen Jerusalems Aufregung und Spannung herrschten, stand Kajafers vor einer Entscheidung, die den Lauf der Geschichte verändern sollte. Der charismatische Prediger aus Galiläa, Jesus von Nazareth, war mehr als nur ein kleines Ärgernis geworden. Er war nun eine echte Bedrohung für das empfindliche Gleichgewicht der Macht, für das Kaifers so hart gearbeitet hatte. Aber was genau war es, dass Kajafers an Jesus so beunruhigte? Zuallererst schienen die Lehren Jesu, die Grundlagen der Autorität des Tempels, infrage zu stellen. Er sprach von einer direkten Beziehung zu Gott, die nicht unbedingt die aufwendigen Rituale und Opfer erforderte, die das Brot und die Butter der Priesterklasse waren. Für Kaifers war dies nicht nur eine theologische Meinungsverschiedenheit, sondern eine Bedrohung für seine gesamte Lebensweise und seine Machtposition. Außerdem zog Jesus eine große Menschenmenge an. Stellen Sie sich die Szene vor. Tausende von Menschen versammelten sich, um ihn sprechen zu hören und hingen an jedem seiner Worte. Für Kaifers muss das sehr beunruhigend gewesen sein. In einem Land, in dem die Rebellion gegen die römische Herrschaft bereits brodelte, konnte ein charismatischer Führer mit einer großen Anhängerschaft leicht einen großen Aufstand auslösen. Und das war vielleicht die größte Befürchtung des Kaifers, dass die Popularität Jesu eine harte römische Reaktion auslösen würde. Die Römer waren nicht dafür bekannt, dass sie bei der Niederschlagung von Rebellionen sanft vorgingen. Wenn sie beschlossen, hart durchzugreifen, würden nicht nur Jesus und seine Anhänger darunter leiden. Der gesamten jüdischen Bevölkerung drohten ernste Konsequenzen. Als das Passerfest näher rückte und die Spannungen in der Stadt einen Fieberpegel erreichten, wusste Kaifers, dass er handeln musste. Nach den Berichten der Evangelien spielte Kaifers eine zentrale Rolle bei der Verschwörung zur Verhaftung Jesu. Es wird beschrieben, dass er mit anderen religiösen Führern zusammenkam, um zu besprechen, wie man mit dem lästigen Prediger umgehen sollte. Bei einem dieser Treffen soll Kaifers die verhängnisvollen Worte gesprochen haben. Es ist besser für euch, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk untergeht. Diese Worte geben uns einen Einblick in Kaifers Denken. Er sah die Situation mit nüchternen, praktischen Begriffen. Seiner Meinung nach war es ein geringer Preis, einen Menschen zu opfern, selbst wenn dieser unschuldig war, um eine mögliche Katastrophe für das ganze Volk zu verhindern. Wie setzte Kaifers diesen Plan nun in die Tat um? Die Evangelien berichten, dass er und die Führer nach einer Möglichkeit suchten, Jesus in aller Stille und abseits der Menschenmenge zu verhaften. Sie fanden ihre Gelegenheit, als einer von Jesu Jüngern, Judas Iskariot, sich anbot, ihn zu verraten. Stellen Sie sich die Szene vor. Ein heimliches Treffen zwischen Judas und den religiösen Führern, vielleicht in einem schwach beleuchteten Raum im Tempelkomplex. Geld wechselt den Besitzer. Pläne werden mit gedämpfter Stimme geschmiedet. Kaifers muss eine Mischung aus Erleichterung und Besorgnis empfunden haben. Die Räder waren nun in Bewegung. Aber würde ihr Plan gelingen? Die Verhaftung selbst fand Beinacht im Garten Getzemane statt. Kaifers hatte eine Gruppe bewaffneter Männer unter der Führung von Judas ausgesandt, um Jesus zu ergreifen. Im Durcheinander und in der Dunkelheit, bei flackernden Fackeln und schimmernden Waffen, wurde Jesus festgenommen. Was dann geschah, war ein Wirbelsturm von Ereignissen, über den noch jahrhundertelang debattiert und analysiert werden sollte. Jesus wurde vor Kaifers und den Sanhedrin zum Verhör gebracht. Die Berichte der Evangelien zeichnen das Bild einer spannungsgeladenen und dramatischen Konfrontation. Stellen Sie sich die Szene vor. Jesus steht vor Kaifers und den anderen religiösen Führern, vielleicht im Haus des Hohenpriesters. Die Luft war dick vor Spannung. Anschuldigungen flogen hin und her. Kaifers stand in seiner Rolle als Hohepriester im Mittelpunkt dieses improvisierten Prozesses. Den Evangelien zufolge befragte Kaifers Jesus direkt und wollte wissen, ob er behaupte, der Messias, der Sohn Gottes, zu sein. Als die Antwort Jesu als blasphemisch eingestuft wurde, zerriss Kaifers berichten zufolge seine Gewänder, eine dramatische Geste der Empörung und Verurteilung. Aber Kaifers und der Sanhedrin hatten nicht die Befugnis, ein Todesurteil zu vollstrecken. Dazu brauchten sie die Zustimmung des römischen Stadthalters Pontius Pilatus. In den frühen Morgenstunden wurde Jesus also in das Hauptquartier des Pilatus gebracht. Hier sehen wir eine andere Seite von Kaifers politischem Geschick. Die Anklage der Gotteslästerung, die die jüdischen Führer so empörte, hätte einem römischen Stadthalter nicht viel bedeutet. Also wurden die Anschuldigungen gegen Jesus in politischer Hinsicht neu formuliert. Er wurde als eine Bedrohung für die römische Herrschaft dargestellt, als jemand, der behauptete, der König der Juden zu sein. Diese Strategie ging auf. Trotz seines anfänglichen Zögerns gab Pilatus schließlich dem Druck nach und ordnete die Kreuzigung Jesu an. Kaifers hatte sein Ziel erreicht. Der lästige Prediger aus Galiläa war beseitigt und die drohende römische Vergeltung war abgewendet. Zumindest dachte er das. Kaifers ahnte nicht, dass sein Handeln die Jesusbewegung keineswegs beendete, sondern vielmehr ihr explosionsartiges Wachstum fördern würde. Die Kreuzigung war nicht das Ende der Geschichte, sondern erst der Anfang. In den folgenden Tagen und Wochen, als die Berichte über die Auferstehung Jesu die Runde machten und seine Anhänger immer mutiger wurden, seine Botschaft zu verbreiten, muss Kaifers erkannt haben, dass seine Probleme noch lange nicht vorbei waren. Doch was waren die unmittelbaren Folgen von Kaifers Handeln? Wie wirkten sich die Ereignisse dieses schicksalhaften Passafestes auf seine Stellung als hohe Priester und auf seine Beziehungen sowohl zum jüdischen Volk als auch zu den römischen Behörden aus? Nach der Kreuzigung Jesu hätte Kaifers vielleicht erwartet, dass die Dinge zur Normalität zurückkehren würden. Schließlich hatte er erfolgreich das beseitigt, was er als eine große Bedrohung für die Stabilität Judäas ansah. Doch als sich der Staub dieses schicksalhaften Passafestes legte, wurde Kaifers bald klar, dass seine Sorgen noch lange nicht vorbei waren. In der Stadt brodelte es vor Gerüchten und Geflüster. Geschichten über die Auferstehung Jesu verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Und die Anhänger Jesu, die sich nicht, wie Kaifers vielleicht gehofft hatte, zerstreuten, schienen immer zahlreicher und mutiger zu werden. Für Kaifers muss dies sehr beunruhigend gewesen sein. Er hatte alles auf die Idee gesetzt, dass die Hinrichtung Jesu der Bewegung ein Ende setzen würde. Stattdessen schien sie dadurch neues Leben zu bekommen. Wie kann das sein? Die Apostelgeschichte berichtet uns, dass die frühchristliche Gemeinde in Jerusalem nach dem Tod Jesu schnell wuchs. Sie predigten offen in den Tempelhöfen, dem Herzstück von Kaifers Herrschaftsgebiet. Dies war eine direkte Bedrohung für Kaifers Autorität. Aber Kaifers war keiner, der untätig blieb. In der Apostelgeschichte wird beschrieben, wie er und andere religiöse Führer versuchten, die frühe christliche Bewegung zu unterdrücken. Sie verhafteten Apostel, bedrohten sie und ließen sie sogar auspeitschen. Doch nichts schien zu funktionieren. Je mehr sie versuchten, die Bewegung zu unterdrücken, desto mehr wuchs sie. Für Kaifers muss das unglaublich frustrierend gewesen sein. Er war es gewohnt, die Kontrolle zu haben und seinen Befehlen zu gehorchen. Jetzt sah er sich mit einer Gruppe scheinbar gewöhnlicher Menschen konfrontiert, die sich nicht zum Schweigen bringen ließen, egal was er tat. Aber es war nicht nur das Wachstum der christlichen Bewegung, das Kaifers Probleme bereitete. Seine Handlungen während des Prozesses und der Kreuzigung Jesu hatten wahrscheinlich seinen Ruf bei vielen Juden beschädigt. Denken Sie einmal darüber nach. Das Passerfest sollte eine Zeit des Feierns und der Einheit für das jüdische Volk sein. Stattdessen hatte Kaifers es in eine Zeit der Gewalt und Spaltung verwandelt. Viele Menschen, auch wenn sie nicht zu den Anhängern Jesu gehörten, waren vielleicht unzufrieden mit der Art und Weise, wie die ganze Situation gehandhabt wurde. Außerdem könnte die enge Zusammenarbeit des Kaifers mit den Römern bei der Hinrichtung Jesu von einigen als Verrat an den jüdischen Interessen angesehen worden sein. In einer Zeit, in der viele Juden auf die Befreiung von der römischen Herrschaft hofften, hatte Kaifers Hand in Hand mit den Besatzern gearbeitet, um einen beliebten jüdischen Lehrer hinzurichten. All dies hätte Kaifers in eine schwierige Lage gebracht. Er brauchte die Unterstützung des jüdischen Volkes, um seine Autorität aufrechtzuerhalten, aber seine Handlungen hatten wahrscheinlich viele von ihnen verprellt. Gleichzeitig musste er die Römer bei Laune halten, um an der Macht zu bleiben. Es war ein heikler Balanceakt, und es wurde immer schwieriger, ihn aufrechtzuerhalten. Trotz dieser Herausforderungen gelang es Kaifers, seine Stellung als hohe Priester noch einige Jahre zu halten, aber sein Einfluss schwand. Die Bewegung, die er zu unterdrücken versucht hatte, wurde von Tag zu Tag stärker, und seine Autorität bröckelte langsam aber sicher. Im Jahr 36, etwa drei Jahre nach der Kreuzigung Jesu, wurde Kaifers schließlich von seinem AMT als hohe Priester abgesetzt. Die genauen Gründe für seine Absetzung sind nicht klar, aber es ist wahrscheinlich, dass eine Kombination von Faktoren, einschließlich seines Umgangs mit der Jesus-Situation und der sich verändernden politischen Gezeiten, zu seinem Untergang beitrugen. Für Kaifers muss dies eine bittere Pille gewesen sein, die er schlucken musste. Er hatte sein Leben dem Aufstieg an die Spitze der religiösen und politischen Hierarchie gewidmet und musste nun mit ansehen, wie ihm dies alles entglitt. Als er von seinem AMT zurücktrat, muss er sich gefragt haben, ob er die richtige Entscheidung getroffen hatte. Wäre die Sache anders ausgegangen, wenn er die Situation mit Jesus anders gehandhabt hätte? Aber selbst als Kaifers seine Macht verlor, wirkten sich die Folgen seines Handelns weiter aus. Das Vermächtnis Die Bewegung, die er zu unterdrücken versucht hatte, verbreitete sich über Jerusalem hinaus, über Judäa hinaus, bis in die weite römische Welt. Welche Gedanken müssen Kaifers durch den Kopf gegangen sein, als er diese Ereignisse beobachtete? Und was wurde aus ihm, nachdem er sein AMT als Hohepriester aufgegeben hatte? Das Vermächtnis des Kaifers, historische Auswirkungen und archäologische Funde. In den Jahrhunderten nach Kaifers Zeit als Hoherpriester wurde sein Name für immer mit dem Prozess und der Kreuzigung Jesu verbunden. Eine der aufregendsten archäologischen Entdeckungen im Zusammenhang mit Kaifers wurde 1990 gemacht. In einer Grabhöhle im Friedenswald von Jerusalem entdeckten Archäologen ein Ossoarium, einen Knochenkasten aus Kalkstein, mit einer bemerkenswerten Inschrift. In die Seite waren die Worte Josef, Sohn des Kaifers, eingemeißelt, die sich vermutlich auf den im Neuen Testament erwähnten Kaifers beziehen. Dieser Fund war bahnbrechend. Zum ersten Mal hatten wir physische Beweise, die direkt mit dem Hohepriester in Verbindung gebracht werden konnten, der eine so entscheidende Rolle im Prozess gegen Jesus spielte. Das auf das erste Jahrhundert in Katra datierte Beinhaus enthielt die Gebeine eines 60-jährigen Mannes, sowie mehrerer jüngerer Personen, bei denen es sich wahrscheinlich um Familienmitglieder handelte. Die Entdeckung des Kaifers Ossoars weckte großes Interesse bei Archäologen und Bibelwissenschaftlern. Es wurde einer strengen Prüfung und Analyse unterzogen, um seine Echtheit zu bestätigen. Die israelische Altertumsbehörde erklärte es für echt. Doch wie bei vielen archäologischen Funden haben einige Wissenschaftler Zweifel an seiner Herkunft geäußert. Zum einen bestätigt er, dass er eine reale historische Figur war und nicht nur eine Figur in religiösen Texten. Die kunstvolle Beschaffenheit des Ossoars spricht auch für den hohen Status des Kaifers in der Jerusalemer Gesellschaft. Das Knochenkästchen war kunstvoll verziert, mit komplizierten Blumenmustern auf der Oberfläche, was darauf hindeutet, dass es einer wohlhabenden und einflussreichen Familie gehörte. Das Ossoarium gibt auch Einblicke in die Bestattungspraktiken der damaligen Zeit. Die Verwendung von Ossoarien war unter wohlhabenden Juden im ersten Jahrhundert in Atscherten üblich. Die Leichen wurden zunächst in einem Grab beigesetzt. Nach etwa einem Jahr, wenn nur noch Knochen übrig waren, wurden diese gesammelt und in ein Beinhaus gelegt. Diese Praxis spiegelt den Glauben an das Leben nach dem Tod und die Bedeutung einer angemessenen Bestattung in der jüdischen Tradition wider. Ein weiterer wichtiger archäologischer Fund im Zusammenhang mit Kaifers sind die antiken Stufen, die zum Haus des Kaifers auf dem Berg Zion führen. Es wird angenommen, dass diese von Archäologen freigelegten Stufen die gleichen sind, die Jesus bestiegen hätte, als er zum Verhör zu Kaifers gebracht wurde. Wenn man heute über diese Stufen geht, kann man die dramatischen Ereignisse, die in den Evangelien beschrieben werden, hautnah miterleben. Der Ort, der heute als Kirche St. Peter in Gallicantu bekannt ist, ist seit Jahrhunderten ein Wallfahrtsort. Bei Ausgrabungen wurde ein Ruinenkomplex aus dem ersten Jahrhundert freigelegt, der möglicherweise eine Wachstube und sogar einen Kerker beherbergte. Obwohl wir nicht sicher sein können, dass dies tatsächlich das Haus des Kaifers war, deuten die archäologischen Beweise darauf hin, dass es zur Zeit Jesu der Wohnsitz einer hochgestellten Person war. Neben diesen physischen Artefakten können wir aus historischen Schriften etwas über Kaifers erfahren. Historische Schriften Der jüdische Historiker Josephus erwähnt Kaifers mehrmals in seinen Werken und bestätigt seine Amtszeit als hohe Priester von 18 bis 36 in Kürte-Josephus, liefert wertvolle Informationen über das politische Klima der damaligen Zeit, die uns helfen, den Druck und die Herausforderungen zu verstehen, denen Kaifers ausgesetzt war. In seinem Werk Antiquities of the Jews beschreibt Josephus, wie Kajafers vom römischen Präfekten Valerius Gratus, dem Vorgänger von Pontius Pilatus, zum hohe Priester ernannt wurde. Diese Ernennung unterstreicht die komplexe Beziehung zwischen den jüdischen religiösen Autoritäten und der römischen politischen Macht. Hohe Priester wurden nicht mehr nur aufgrund ihrer religiösen Qualifikationen ausgewählt, sondern auch aufgrund ihrer Fähigkeit, die Ordnung aufrecht zu erhalten und mit den römischen Behörden zusammenzuarbeiten. Josephus erwähnt auch die Amtsenthebung des Kaifers im Jahr 36 in Abha-Fakir durch den syrischen Stadthalter Vitellius. Dieses Ereignis fiel mit der Abberufung von Pontius Pilatus nach Rom zusammen, was auf einen bedeutenden Wandel in der römischen Politik gegenüber Judäa zu dieser Zeit hindeutet. Das Neue Testament Die Tatsache, dass Kaifers sein AMT 18 Jahre lang inne hatte, eine ungewöhnlich lange Amtszeit für einen hohen Priester in dieser Zeit, zeigt, wie geschickt er sich in den tückischen politischen Gewässern seiner Zeit bewegte. Das Neue Testament, insbesondere die Evangelien und die Apostelgeschichte, bieten eine weitere Quelle für Informationen über Kaifers, wenn auch aus einer eindeutig christlichen Perspektive. In diesen Berichten wird Kaifers als Schlüsselfigur in dem Komplott gegen Jesus dargestellt, der den Prozess leitete und seine Kreuzigung vorantrieb. Auch wenn diese Texte nicht als unvoreingenommene historische Dokumente gelten, bieten sie doch wertvolle Einblicke in die Sichtweise der frühen Christen auf Kaifers und das von ihm vertretene religiöse Establishment. Eines der berühmtesten Zitate, die Kaifers zugeschrieben werden, stammt aus dem Johannes-Evangelium, wo er sagt, Diese Aussage wurde von Theologen und Historikern auf unterschiedliche Weise interpretiert. Die einen sehen darin ein kaltes politisches Kalkül, die anderen eine unbewusste Prophezeiung über den Opfertod Jesu. Das Vermächtnis des Kaifers geht jedoch weit über diese archäologischen und historischen Aufzeichnungen hinaus. Sein Handeln, wie es im Neuen Testament beschrieben wird, ist seit Jahrhunderten Gegenstand theologischer Diskussionen und Debatten. In der christlichen Tradition wurde Kaifers oft als Schurke dargestellt, als der Mann, der Jesus zum Tode verurteilte. Einige Gelehrte vertreten jedoch eine differenziertere Sichtweise und sehen Kaifers als politischen Pragmatiker, der zwischen den Forderungen seines Glaubens, seines Volkes und der römischen Besatzer hin- und hergerissen war. Kaifers in der jüdischen Geschichte In der jüdischen Geschichte wird Kaifers oft neutraler betrachtet. Man sieht ihn als einen in einer Reihe von Hohepriestern, die sich in den schwierigen Gewässern der römischen Besatzung zurechtfinden mussten. Einige jüdische Gelehrte haben darauf hingewiesen, dass Kaifers lange Amtszeit als Hohepriester darauf hindeutet, dass er es verstand, in einer turbulenten Zeit Stabilität zu wahren. Angesichts der ständigen Gefahr einer Rebellion und des empfindlichen Machtgleichgewichts zwischen den jüdischen Behörden und den römischen Herrschern war dies keine geringe Leistung. Um Kaifers vollständig zu verstehen, müssen wir die Welt betrachten, in der er lebte. Das Judentum des ersten Jahrhunderts war ein Pulverfass voller politischer und religiöser Spannungen. Das jüdische Volk litt unter der römischen Herrschaft und die Erwartungen an den Messias waren hoch. Verschiedene jüdische Sekten, Pharisäer, Sadduzeer, Essener und andere wetteiferten um Einfluss. Als Hohepriester und Vorsitzender des Sanhedrins musste Kaifers diese internen Spaltungen überwinden und gleichzeitig den Frieden mit Rom wahren. Archäologische Ausgrabungen haben eine Fülle von Informationen über das tägliche Leben in Jerusalem zur Zeit des Kaiaphas geliefert. Die Stadt wurde unter Herodes, dem Großen und seinen Nachfolgern erheblich erweitert und renoviert. Der Tempel, das Zentrum des jüdischen religiösen Lebens, war ein riesiger Komplex, der die Skyline der Stadt dominierte. Jüngste Ausgrabungen in der Stadt Davids und rund um den Tempelberg haben Straßen, Häuser und rituelle Bäder, auch Mikve genannt, freigelegt, die Kaifers und seine Zeitgenossen gekannt haben dürften. Die Geschichte des Kaifers hat auch einen bedeutenden Einfluss auf Kunst und Literatur im Laufe der Geschichte gehabt. Er erscheint als Figur in unzähligen Gemälden, Theaterstücken und Filmen, die das Leben Jesu darstellen. Schlussfolgerung Diese Darstellungen, in denen häufig seine Rolle bei der Kreuzigung Jesu hervorgehoben wird, haben die öffentliche Meinung über Kaifers beeinflusst. Im Laufe der Geschichte wurde Kaifers auf unterschiedliche Weise dargestellt, vom eindimensionalen Bösewicht bis hin zu facettenreichen Charakteren, die zwischen Pflicht und Gewissen hin- und hergerissen sind, von mittelalterlichen Passionsspielen bis hin zu zeitgenössischen Filmen. In jüngerer Zeit haben sich Historiker und Archäologen für Kaifers interessiert, als sie das politische und theologische Klima im Judentum des ersten Jahrhunderts untersuchten. Durch die Untersuchung der Rolle und der Taten des Kaifers haben die Gelehrten viel über die komplizierte Verbindung zwischen der jüdischen religiösen Autorität und der römischen politischen Macht in dieser entscheidenden Periode der Geschichte gelernt. Das Vermächtnis des Kaifers erinnert daran, welch bedeutenden und dauerhaften Einfluss eine einzelne historische Figur haben kann. Seine Lebensgeschichte fesselt Akademiker und Laien gleichermaßen und fällt mit einem der wichtigsten Momente der Religionsgeschichte zusammen. In den kommenden Jahren dürften weitere Ausgrabungen in Jerusalem und den umliegenden Regionen noch mehr Aufschluss über das Leben und die Zeit des Kaifers geben. Ein aktuelles Forschungsgebiet ist das Studium der antiken jüdischen Priesterfamilien. Genetische Untersuchungen haben einen gemeinsamen Y-Chromosom-Haplotyp unter den heutigen Gruppen mit dem Nachnamen Cohen ergeben, die sich auf das Erbe der alten Priesterschaft berufen. Dies deutet darauf hin, dass diese Bevölkerungsgruppen möglicherweise eine gemeinsame Vorfahrenschaft haben. Auch wenn es keine direkte Verbindung zwischen dieser Tatsache und Kaifers gibt, bietet sie doch einige faszinierende Einblicke in die priesterlichen Abstammungslinien seiner Zeit. Das Studium antiker Texte außerhalb der Bibel und des Josefus ist ein weiteres Forschungsgebiet. So geben beispielsweise die Schriftrollen vom Totenmeer Aufschluss über das vielfältige religiöse Umfeld des Judentums im ersten Jahrhundert. Sie nennen Kaifers zwar nicht namentlich, aber sie geben einen Einblick in die religiösen Diskussionen und die Machtdynamik, die sein Umfeld beeinflusst haben könnte. Dennoch bleiben einige Fragen unbeantwortet. Wie war es die Geschichte von Kaifers Rolle während des Prozesses gegen Jesus in den Evangelien? Welche weiteren Details über sein Leben und seine Zeit könnten archäologische Funde zutage fördern? Und wie ist sein Handeln zu verstehen, wenn man die politischen und theologischen Kräfte berücksichtigt, denen Kaifers ausgesetzt war? Unser Wissen über Kajafers und seine Zeit verändert sich ständig durch neue Entdeckungen und eine genauere Betrachtung des historischen Materials. Seine Geschichte erinnert uns an die komplizierte Beziehung zwischen Politik und Religion sowie an den bedeutenden Einfluss, den eine einzige Entscheidung auf den Lauf der Geschichte haben kann. Unabhängig davon, aus welcher Perspektive man Kaifers betrachtet. Als Monster, als Pragmatiker oder einfach als einen Mann, der unter bemerkenswerten Umständen gefangen war, ist er nach wie vor von historischer und theologischer Bedeutung. Und damit sind wir am Ende der heutigen Untersuchung angelangt. Was soll man von Kaifers halten? War er ein Bösewicht, eine kluge Führungspersönlichkeit, die sich in einer schwierigen Lage befand oder etwas ganz anderes? Schreiben Sie Ihre Ideen in die Kommentare unten. Wir würden uns freuen, Ihre Meinung zu hören. Es warten noch viele weitere Reisen auf uns, also abonnieren Sie uns bitte, um über neue Videos informiert zu werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.